hallo liebe whisky fans hier ist wieder der isla björn und heute habe ich hier ein blended malt für euch stehen und zwar von compass box bevor wir zum whisky kommen erzähle ich mal kurz noch was von compass box da habe ich so einige interessante sachen im netz gefunden ja compass box ist eine firma die gegründet wurde im jahr 2000 von john glaser das ist ein amerikaner der war vorher immer als marketing direktor bei johnny walker zuständig der filmsitz dieser firma ist in richmond bei london was macht diese firma sie stellt whisky blends her und zwar blended malt blended scotch whisky und blended grain whisky falls hier auch zuschauer unter uns sind die noch nicht so ganz mit dem whisky thema bewandert sind werde ich mal kurz erläutern was was ist für die die es natürlich schon kennen die können jetzt mal kurz weg hören so und zwar ist blended malt eine mischung aus verschiedenen single malts also sind verschiedene single malts aus unterschiedlichen brennereien die dann miteinander vermehlt werden und das ist ein blended malt und ein blended scotch whisky ist da kann grain whisky mit single malt whisky zusammen verblendet werden und das ist ein blended scotch whisky und dann gibt es noch blended grains da sind halt grain whiskys die dann miteinander verblendet werden und dann hat man ein blended grain und wer nicht weiß was grain whisky ist grain whisky ist eine andere art whisky herzustellen das wird nicht im pot still verfahren hergestellt sondern mit sogenannten kolonnen und da darf auch ungemelzte gerste und andere getreide verwendet werden das aber nur so ein kleiner ausflug damit man grob weiß wovon wir reden ja kompass box finde ich sehr interessant als abfüller und blender und zwar habe ich da auch mal was gefunden die hatten schon mehrfach ärger mit der scotch whisky association das ist ja die oberaufsichtsbehörde da in schottland die da so ein bisschen drüber wacht damit der whisky so hergestellt wird wie hergestellt werden soll und da hatten die tatsächlich mal ärger mit denen und zwar war das im jahr 2005 da haben die ein whisky rausgebracht kennen vielleicht ein paar von euch den spice tree ist auch ein blended malt und da haben sie ein besonderes reifungsverfahren angewendet und das hat die whisky association verboten was ist da passiert ganz einfach ich habe mal da ein bisschen recherchiert und ich wusste selber nicht was das ist und da habe ich was gefunden und zwar haben die in ihren fässern so genannte inner staves angewendet was sind inner staves wusste ich auch gar nicht was das ist ich habe da mal was gefunden und zwar hier mal ein bild zeigt das mal so in die kamera dass man das so sieht und zwar guckt man jetzt von oben in ein fass rein hier ist das fass offen unten ist der fass deckel oder der fass boden vielmehr und von oben guckt man jetzt in dieses fass rein und da sind hier an den seiten so eine art bretter so angebracht worden ja das kann bourbon fass sein ein cherry fass und die haben in diesen fass bretter angebracht das sind diese inner staves und die waren aus französischer eiche so eine ganz besondere die ganz langsam wächst und die waren besonders getoastet und alles die haben die in den fässern so angebracht und da in den whisky gereift oder in blend gereift und das fand die scotch whisky association nicht gut und hat das abgemahnt leider waren damals oder zum glück für kompassbox die ganzen flaschen die sie damit hergestellt hatten die waren schon alle ausverkauft deswegen konnte man die nicht zurückrufen aber ihnen wurde dieses verfahren verboten ja das ist verboten worden was hat kompassbox dann gemacht weil sie wollen darauf nicht so ganz verzichten die haben einfach jetzt die fässer genommen und die deckel an den fässern die haben sie aus der französischen eiche genommen aus dem gleichen material wie diese inner staves und haben die auch stark getoastet und dann als deckel genommen und das war wiederum erlaubt von der whisky association das war das erste mal wo sie ärger mit denen hatten und das zweite mal war kompassbox ist ja sehr offen und sehr transparent und sie waren dann zu transparent und haben von sämtlichen whiskies die sie in ihren blends haben die altersangaben veröffentlicht das darf man tatsächlich laut der whisky association nicht sondern immer nur das alte des jüngsten malls oder grains darf man nur nennen und nicht wenn da jetzt noch ein achtjähriger kalila drin ist und ein zehnjähriger linkwurt oder so dann darf man nicht das veröffentlichen man muss dann nur die acht jahre von diesem kalila angeben wenn es mehrere altersangaben gibt nur das jüngste ja und das wurde denen auch untersagt aber auch da kommt was muss sich was einfallen lassen da komme ich nachher noch zu wenn ich unter den whisky rede zwar haben die hier so eine diagramme zeig das mal in die kamera ja so eine diagramme mit unterschiedlichen farbigen und torten diagrammen mit farbigen ringen und so und man munkelt dass diese ringe die altersangaben jetzt sind von den einzelnen whiskies die da drin sind ja das nur ein kurzer ausflug zur compass box fand ich sehr interessant das mit diesen inner staves in diesen fässern habe ich so nicht gekannt wird im übrigen noch bei der weinherstellung verwendet da ist es erlaubt beim whisky leider nicht weil ist ja auch mal ein neues konzept das ist holz nur zusätzlich eingebracht ins fass aber wenn die regeln so sind sind die regeln so ja was haben wir denn heute von compass box entschuldigung und zwar einmal das piet monster wie soll es auch anders sein bei mir ich habe mir das piet monster geholt ich weiß jetzt was habe ich bezahlt ich hätte mal vorher das mit compass box recherchiert aber ich habe nach den preisen nicht mehr geguckt ich glaube ich habe so 49 90 oder so bezahlt glaube ich man kriegt die so zwischen 46 bis 55 euro stehen die in den läden so rum ja piet monster ist ein blended malt also reine single malts hier verblendet wurden welche sage ich gleich noch die hat 46 volumen prozent ist nicht kühl filtriert und hat eine natürliche farbe ja schöne aufmachen wie finde ich glaube früher gab es auch mal eine umverpackung dazu heute leider nicht mehr also mich nervt das so ein bisschen dass immer mehr die umverpackung weglassen weil ich finde das macht whisky aus und die sehen ja auch teilweise sehr schön aus also ich würde es schöner finden wenn die umverpackung bleiben aber es wird leider immer mehr dass sie weggelassen werden schade ja was ist denn in diesem piet monster jetzt genau drin und da habe ich ja dieses torten diagramm hier noch mal und zwar ist der löwenanteil 46 prozent von kaila ein refill hox hat und der ist elf jahre alt fast 50 prozent elfjährige whisky der zweite anteil ist mit 35 prozent von lafroyc ein refill hox hat acht jahre alt auch 35 prozent ist ein ordentlicher anteil dann haben wir noch mit 14 prozent kaila elf jahre auch ein refill hox hat dann noch drei prozent kaila zwölf jahre refill hox hat und ein prozent kaila 15 jahre refill hox hat wenn man sich das mal umrechnet ein prozent auf 0,7 dann sind das irgendwie sieben milliliter mhm ob man das unbedingt raus schmeckt und dann ist noch ein prozent highland malt blend custom french oak cast heavy toast das ist dieser blend highland malt blend der in diesen früher inner staves fässern gereift wurde jetzt werden ja nur noch die deckel damit gemacht das ist dieser blend ein prozent davon bezweifle dass man die ein prozent merkt ja finde ich schön dass sie so transparent sind was sie da rein tun welche alte welche fässer vor allem ja gut jetzt könnte man noch sagen welches hox hat ex bourbon sherry aber so wie die farbe vom whisky ist würde ich eher sagen dass es bourbon hox hat waren so jetzt glaube ich habe ich genug geschwafelt jetzt kommen wir mal zum whisky also löwenanteil kaila achtjährig ne elfjährig und ein achtjährigen lafroik mit 36 prozent glaube ich noch ja farbe so ein blasses gold von richtung weißwein vielleicht müssen das glas benetzen und dann halten wir mal die nase rein ja rauch definitiv süßer maritimer leicht aschiger rauch wo weiter hinten noch ja jetzt weiß ich jetzt weiß ich da ist lafroik drin aber man merkt so eine leicht jodige note diese leichte hefpflasternote die lafroik immer hat die merkt man schon nicht doll überhaupt nicht dass der kaila raucht deutlich im vordergrund ja so schön aschig süß zitrus so zitrone das finde ich immer ganz typisch bei kaila dieses zitronige und dann kommt dieses typische für was ich bei kaila eigentlich sehr sehr häufig finde so eine leicht fleischige note ich sage dazu immer so fleisch was so in so eine barbecue sauce eingelegt wurde wenn man daran mal riecht die hat man auch eine echt schöne nase denn maritim so mineralisch so bisschen seeluft gefällt mir sehr gut die nase also sehr schön ausgewogen also wer auf rauch steht dem wird die nase echt gut gefallen so eine ganz leichte vanille noch ja schöne nase prost ja sofort ist rauch im mund kalter aschiger rauch vanille da sind die refill fässer also eine holznote hat die asche ist da das maritime leicht salzig vorne an der note im abgang könnte man sich einbilden dass man wieder diesen erfolg mit dieser leichten ja doch diesen leichten jod heftpflaster note hat auch das mineralische ist da leicht pelzig so auf der zunge das werden die refill fässer sein oh jetzt nach dem ersten schluck mhm die zitrone in den hintergrund der rauch ist jetzt nach dem ersten schluck auch nicht mehr so brachial als beim ersten mal riechen die vanille wird stärker die vanille wird stärker und so eine hellfruchtigkeit aber was das für eine frucht ist kann ich gar nicht sagen ja sehr schön ja nehmen wir nochmal den zweiten schluck mhm ja ich mag ja diesen kalila rauch die ist mineralisch leicht aschige jetzt kommt diese leichte jod note nach ganz leicht zitrone mineralisch leicht salzig und dann kommt so eine ganz dezente refill holznote ja kein mocha kein kakao keine schokolade man merkt das ist schon ja ein bisschen hört sich jetzt doof an ausgelutschtes holz gar nicht unangenehm soll nicht negativ sein ja lecker also sehr schöner blended malt gefällt mir echt gut warum habe ich den nicht früher entdeckt ja also wer rauch mag wer kalila mag wer la freud mag manche mögen kalila nicht so also der kann sich den bedenkenlos zulegen also ich mag ihn ja schöner whisky gefällt mir echt gut den letzten schluck genieße ich nachher hinter der kamera und nicht davor ja das soll es dann auch schon gewesen sein für heute schreibt gerne in die kommentare wenn ihr schon mal Kompassbox hattet vor allem hier den hier Piet Monster wie ihr den fandet was könnt ihr noch von Kompassbox empfehlen schreibt es einfach in die kommentare ja wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen hoch da oder gerne auch ein abo möchte mich nochmal bedanken bei allen zuschauern in letzter zeit sind die abos doch deutlich nach oben gegangen Wahnsinn hätte ich nie gedacht danke an euch da draußen ich hoffe es hat euch heute Spaß gemacht bis zum nächsten mal ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal